Jollo Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Daily Shops Und heute machen wir das mit dem Gewinnspiel mal etwas anders Heute müsst ihr mir das nicht über Instagram oder so einsenden, sondern Heute verlose ich dieses 13.500 V-Bucks-Paket hier, diese 100 Euro über die YouTube-Kommentare Heißt also, wenn ihr heute diese 100 Euro gewinnen wollt, dann müsst ihr einfach nur kurz in den Fortnite-Shop gehen Dort Snoxie als Creator eintragen und dann einen Kommentar mit dem Hashtag Snoxie drin Hier einfach unten in die Kommentare schreiben und ja, dann könnt ihr schon dieses 100 Euro-Paket hier heute gewinnen Also ganz viel Glück an euch und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt direkt zum heutigen Shop Wo wir mal einen richtig geilen neuen Skin und eine verdammt geile neue Hacke drin haben Ich würde sagen, wir fangen direkt bei dem Skin an, das ist nämlich der Schneesordat für 1500 V-Bucks Quasi so ein Schneemann mit einem ziemlich coolen Pullover, wie ich finde Dazu hat er hier noch so, ähm, solche Schneeballgranaten Auf dem Kopf hat er einen kleinen Hut, gefällt mir sehr, sehr gut der Skin, finde ich schön gemacht Auch hat er einen Backpack natürlich auf dem Rücken, äh, schmelzt sie Junior, quasi so eine kleine Version von sich Ach, man sieht ziemlich süß aus, mit so einem Schal drumherum in den gleichen Farben Äh, ja, gefällt mir sehr, sehr gut hier der Skin, kann ich also sehr empfehlen Und, ähm, ja, wenn ihr euch den Skin holt, natürlich könnt ihr gerne Snoxie, wie gesagt, als Creator hinzufügen Einfach nur kurz in den Shop gehen und die Snoxie eintragen, wird mich halt wirklich unglaublich doll supporten Davon finanziere ich die ganzen Gewinnspiele hier Also, ja, wenn ihr euch was kauft heute im Shop, tragt gerne Snoxie dort ein, wäre mega, mega lieb von euch Und dann kommen wir schon zu der Hacke, die ich unglaublich geil finde Also, der Preis erstmal ist natürlich heftig 500 V-Bucks für diese Hacke, ihr seht schon, wie die ausschaut Einfach so ein riesiger Eiszapfen, gefällt mir richtig gut Sie ist vor allen Dingen so schön dünn Das finde ich immer bei Hacken extrem wichtig Ich mag es nicht, wenn die Hacken so groß sind und so klobig sind Ich finde, dann spielen die sich einfach in Game nicht so gut Und diese Hacke ist natürlich maximal dünn Ich meine, guck mal, es ist halt eigentlich nur ein dünner Stab Ja, dünner kann man in der Hacke quasi gar nicht mehr machen Also optimal, für mich zumindest Und dazu hat sie noch so kleine Partikeffekte, ihr seht es hier schon So kleine Schneepartikeffekte Und dann noch den Sound hier dazu Und das alles dann für jetzt nur 500 V-Bucks ist halt einfach ein richtig krass guter Preis Habe ich mir auch direkt gekauft hier für 500 V-Bucks Direkt mal zugeschlagen Also kann ich auf jeden Fall sehr, sehr empfehlen, sich diese Hacke hier zu holen Wer weiß auch, ob die noch über das Jahr wieder zurückkommen wird Also hier sind ja die Weihnachtskins Deswegen, ja, weiß ich nicht, ob die halt irgendwie dann in der Zeit nochmal in den Shop kommen werden Deswegen habe ich sie mir jetzt auch direkt hier geholt Und dann kommen wir schon zur rechten Seite des heutigen Shops By the way, ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die beiden neuen Sachen findet Und wie gesagt, wenn ihr noch am Gewinnspiel teilnehmen wollt Einfach noch ein Hashtag Snoxy dazu schreiben Ja, dann könnt ihr heute teilnehmen Und ja, dann kommen wir jetzt zur rechten Seite des heutigen Shops Da haben wir erstmal den Breakdance drin Für 800 V-Bucks Sehr, sehr cooler Tanz war auch schon eine Weile jetzt nicht mehr im Shop drin War relativ selten jetzt Kann ich sehr, sehr empfehlen 800 V-Bucks ist auf jeden Fall ein angemessener Preis dafür Dann haben wir noch den Prismagleiter für 800 V-Bucks Bei dem gefällt mir diese animierte Oberfläche ganz gut Aber ansonsten jetzt auch nichts so krasses Dann haben wir noch die Siegesrunde drin für 500 V-Bucks Die feiere ich persönlich leider gar nicht Schaut finde ich nicht besonders cool aus So ein Lenkrad, ja, würde ich eher nicht empfehlen Stattdessen würde ich mir auf jeden Fall Heute lieber die Eis-Zapfen-Spitzacke holen Finde ich viel, viel geiler Dann haben wir noch den Chopper-Skin drin für 1200 V-Bucks Auch der hat mir leider nicht so gut gefallen Sowohl das Outfit als auch der Backpack Ja, fand ich jetzt nicht so krass Also, ja, habe ich mir auch persönlich nicht geholt Ich glaube sogar der einzige Backpack, den ich nicht habe Vielleicht muss ich mir den echt noch holen Mal gucken, vielleicht werde ich mir noch holen Um alle Backpacks zu haben Aber eigentlich finde ich den Skin nicht nice Vielleicht werde ich ihn holen, damit ich im Stream dann für euch mal spielen kann Aber ansonsten, ja, würde ich mir den privat auf jeden Fall nicht holen Dann haben wir noch den High-Race-Truper drin für 800 V-Bucks Den finde ich eigentlich ganz nice Ist wieder einer dieser Standard-Skins Hat aber, finde ich, ein ganz cooles Outfit Also diese Kleidung sieht ziemlich cool aus Auch hat er meine andere Haarfarbe Die ist so braun statt dem normalen blonden Ben hier Also ja, den finde ich eigentlich ganz nice Und dann haben wir noch im letzten Jahr des heutigen Tages Den Emote Staub von den Schultern wischen Für 200 V-Bucks Genau, man mischt sich halt den Staub einmal runter Finde ich auch ganz passend So als Antwort quasi auf den gestrigen Emote Für 200 V-Bucks gestern hatten wir den Heunen-Emote Und heute sagen sie so Yo, haben wir doch gut gemacht mit dem neuen Skin Weil der gefällt mir wirklich sehr, sehr gut hier Dieser Schneesoldat und die neue Spitzhacke dazu Also ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen Heute ein relativ cooler Shop, auch wenn wir den Shopper und die Siegeshunde drin haben Die ich nicht so cool finde Der Rest ist eigentlich ganz nice Von mir gab es heute also auf jeden Fall einen Top für den Shop Ihr könnt auch rechts oben abstimmen, wie ihr den heutigen Shop fandet Also Top oder Flop Und jo, das war es dann schon zum heutigen der Shop Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da Und jo, zum Abschluss, wie gesagt, könnt ihr noch gerne am Gewinnspiel teilnehmen Heute über die YouTube-Kommentare Einfach nur Snoxy hier eintragen Und dann einen Hashtag Snoxy Und in die Kommentare schreiben, um heute am Gewinnspiel teilzunehmen Und dann würde ich sagen, löse ich noch schnell das Giveaway von gestern auf Da hatte ich ja wieder dieses 100-Euro-Paket verlost Und der Gewinner aus dem gestrigen Video ist der liebe Jono Herzen gewünscht an dich Ich hab dir auch schon auf Instagram geschrieben Also schaut doch mal rein Und jo, da muss ich sagen Habt alle noch einen entspannten Tag Jetzt einen guten Start ins Wochenende Und jo, bis dahin Habt einen schönen Tag Und macht's gut Tschüss